Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 6. Dezember 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 517 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. iOS und macOS Mojave, Postthronen, Projekt Anaheim und Ehevertrag. Ich beginne mit Updates. Habt ihr in den letzten Tagen ein Backup gemacht von eurem iPhone? Wenn es nicht automatisch passiert, solltet ihr das tun, denn es ist ein neues iOS Update rausgeflogen. 12.1.1, was unter anderem Möglichkeiten oder Verbesserungen im Bereich FaceTime, im Bereich eSIM Support bei iPhone X, also genau eben nicht, iPhone XS, iPhone XS Max und dem iPhone XR mit sich bringt. Es sind auch Dinge drin, die für die WatchOS-Modelle erst in Start die EKG-Funktion bringen wird. Es sind weitere Geschichten im iPad optimiert worden und natürlich die üblichen Bugfixes und Kleinigkeiten, die geändert wurden. Somit Backup machen und zuschlagen. Das gleiche gilt für macOS Mojave. Das ist mittlerweile in der Version 10.14.2 da. Und da sind es kleinere Geschichten. WLAN-Telefonate, RTT-Unterstützung, also Real-Time-Text-Unterstützung, sowie es Probleme behebt bei iTunes Medienwiedergabe, die ihr über Airplay an Drittanbieter-Speaker rausgeben könnt. Und da wurde ein bisschen was gefixt. Das Update da ist übrigens 2,45 GB gross. Wird ein bisschen länger ziehen als das bei iOS. Das ist ein bisschen kleiner. Was auch ein Update bekommen hat, ist tvOS. Und auch da sind es vor allem Kleinigkeiten, die gefixt wurden. Ich habe hier und auch schon im Geek Talk News Format das eine oder andere mal über die Postdrohnen erzählt. Die zuerst im Tessin, hier in der Schweiz, im südlichen Teil mit Drohnen zwischen zwei Spitalern, also diesem Spital und einem Labor hin und her flogen. Und da eben die Wege verkürzt und auch ökologische gestaltet haben. Dann habe ich darüber berichtet, dass das Ganze im Welschen, also in der westlichen Schweiz, mal durchgeführt wurde. Und dann habe ich erzählt, dass das Ganze auch in Zürich über den See quasi vom einen Ufer an das andere durchgeführt wurde. Das dann aber auch ziemlich schnell wieder eingestellt wurde wegen Ruhebelästigung und gewisse Leute, die sich eben geärgert haben über die Raum, über die Lautstärke, die diese Drohne macht. Mittlerweile ist man da schon ein Stück weiter. Den Weg über den See zwischen den beiden Spitalern wird nicht so schnell wieder in Betrieb genommen. Das hatte ich ja damals schon gesagt, wird es nächstes Jahr, bis das Ganze in Angriff genommen werden kann. Jetzt ist aber soweit, dass die Universität Zürich, der Campus am Irchel und das Universitätsspital Zürich miteinander verbunden sind, eben über die Drohne und da werden Laborgeschichten ausgetauscht. Wirklich toll, wie ich finde. Und auch hier wird zum einen Zeit gespart und zum anderen das Ganze viel ökologischer gehalten. Zum einen Zeit im Sinne von, auch wenn es mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, also Bike-Kurriere, auch das geht noch deutlich schneller. Und natürlich, wenn es ein Taxi ist oder was auch immer sonst zur Verfügung steht, deutlich, deutlich gesünder für die Natur. Finde ich toll. Dann geht es weiter mit dem Projekt Anaheim. Das hat eigentlich erst in den letzten zwei Tagen so ein bisschen durchgeschlagen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob ich gestern das überhaupt reingenommen habe oder vorgestern. Auf jeden Fall soll Microsoft ja an einem alternativen Browser zu Edge arbeiten. Edge soll anscheinend mit dem Internet Explorer die Vorgeschichte jetzt komplett aussterben. Zumindest was den Unterbau anbelangt. Da möchte man in Zukunft auf Chrome, auf den Chromium-Browser setzen. Das ist die Open-Source-Version vom Chrome, vom Google-eigenen Browser. Und was wiederum auf Teilen vom WebKit, also vom Safari, von Apples Seite basiert. Und da dürfen wir mal gespannt sein, was da genau kommt. Ich nehme nicht an, dass Microsoft auch die Oberfläche und die Funktion, die da drüber gestülpt wurden, in den Wind schiessen wird. Weil da haben sie doch einiges gemacht in den letzten Jahren, Monaten, mit auch der Synchronisation in Richtung iOS und Android etc. Da darf man hoffen, dass es oben drüber genau gleich bleibt, einfach im Untergrund. Und ja, da wird sich der eine oder andere Webcoder sicherlich drüber freuen. Drüben in Österreich, genau gesagt in Graz, wurde der erste Ehevertrag in der Blockchain geschlossen. Es geht um eine Gütertrennung und die wurde, wie gesagt, eben mit Blockchain abgesichert. Leider ist die Welt natürlich noch nicht ganz so weit, dass das auch vor Gesetz und sowieso durchgekommen wäre. Sie mussten dann dennoch vor Standesamt und das Ganze auf Papier festhalten, sodass es eben auch gesetzlich akzeptiert wurde. Aber schon spannend, was man heutzutage alles mit diesen Blockchains absichert und bestätigt etc. In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute habe zusammentragen können für euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, nicht nur Kinder, auch Erwachsene, seid vorsichtig. Heute ist der Zami-Klaus-Tag. Ich glaube, ich weiss gar nicht, gibt es das bei euch in Deutschland und Österreich auch? Wer nicht artig war, kommt in den Sack und wird in den Wald geschleppt oder ähnlich. Wenn ihr es nicht wisst, um was es da genau geht, googelt es oder fragt nach. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis bald, tschüss. Hört mehr Geek Talk.